In der Werbung werden Taschenlampen immer kleiner und trotzdem heller. Ist das nicht erstaunlich? Dabei ist eine Taschenlampe so simpel aufgebaut. Lämpchen, Schalter, Batterie. Alles mit Draht in Reihe geschaltet, Schalter schließen, Licht geht an. Aber was in der Batterie stattfindet, das wissen die wenigsten Elektrotechniker. Dabei wäre es schon wichtig zu wissen, ob man eine LED für eine Spannung von 2 Volt verwenden darf oder ob die beim Einschalten durchbrennt. Es wäre also schon wichtig zu wissen, welche Spannung welchen Strom die Batterie an die Außenwelt liefert. Wie soll man das machen, ohne erst einmal ein Chemiestudium zu absolvieren? Ganz einfach. Man ersetzt die Batterie durch einen möglichst simplen elektrischen Schaltkreis, der sich genauso verhält. Ob das austauschbare Modul Batterie mit dem System Taschenlampe kompatibel ist, wird nur durch die Spannung und die Stromstärke bestimmt, die die Batterie liefert. Und das kann man mit diesen Bauteilen Widerstand und Spannungsquelle ausreichend simulieren. Dieses Prinzip der Ersatzschaltung wendet man erst recht bei noch komplizierteren Modulen an, deren Innenleben weniger interessiert als die Frage, wie kompatibel sie mit den anderen Schaltkreisen sind. Zum Beispiel werden Asynchronmotoren oder Transformatoren durch solche Ersatzschaltkreise berechenbar gemacht. Aber wie stellt man so eine Ersatzschaltung auf? Willkommen bei E-Tech mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Gleichstromschaltungen, genauer um die Ersatzspannungsquelle und noch genauer darum, wie man sie konstruiert und mit ihren den zu erwartenden Strom berechnet. Das mache ich am Beispiel der folgenden Aufgabe. Gegeben ist eine komplizierte Schaltung aus vier Widerständen und einer Spannungsquelle. Wegen der zwei Anschlussklemmen nennt man diese Schaltung auch Zweipol und wegen der Spannungsquelle darin ist sie sogar ein aktiver Zweipol. Ohne Spannungsquelle wäre sie ein passiver Zweipol. Die Aufgabe lautet, die Schaltung bezüglich der Klemmen A und B durch eine Ersatzspannungsquelle zu ersetzen. Das bedeutet, man möchte wissen, wie die Schaltung mit ihren Widerständen, Spannungsquelle und den Verzweigungen radikal nur durch einen Schaltkreis mit einer Spannungsquelle und einem Widerstand ersetzt werden kann. Würde man diese Ersatzspannungsquelle dann an den Klemmen A und B an ein anderes Netzwerk anschließen, soll sie denselben Strom liefern, den auch die Originalversion liefern würde. Wie groß ist dann dieser Strom? Die gesuchte Größe ist ja Iq. Das kann man nach dem Ohmschen Gesetz ausrechnen, indem man die entsprechende Spannung Uq, das wäre hier die zwischen A und B, teilt durch einen Gesamtwiderstand. Ich habe hier oben Römisch 2 geschrieben, weil ich zuerst den Nenner berechne. Darum bekommt auch der Nenner die Römisch 1. Danach berechne ich erst die Quellenspannung. Das ist auch die übliche Aufteilung bei so einer Aufgabe. Okay, ich nenne diese Gleichung schon mal Gleichung 1 und starte jetzt mit der Berechnung des Ersatzwiderstandes. Manche sagen auch Gesamtwiderstand. Der Trick sieht hier so aus, dass ich jetzt diese Schaltung etwas anders interpretieren werde. Und zwar, ich stelle mir erst einmal vor, dass der Strom zum Beispiel durch A hineinfließt und bei B wieder herausfließt. Der Strom könnte auch von B nach A fließen. Wichtig ist aber etwas anderes, nämlich, dass man die Spannungsquelle im Schaltkreis ersetzt durch ein einfaches Stück Leitung. Man überbutt sie. Es scheint, als ließe man sie verschwinden, aber da darf natürlich keine Lücke entstehen. Um das Ganze übersichtlich zu halten, erstelle ich eine Art Top-Down-Skizze, bei dem ich oben den Startpunkt des Stroms hinsetze, also die Klemme, in die der Strom hineinfließt. Der Strom würde bei seinem Streifzug auf dem Weg zur anderen Klemme erst einmal auf einen Knoten stoßen. Den Knoten zeichne ich auch ein. Durch den Knoten teilt sich die Leitung auf, also fließt ein Teil des Stromes durch den Widerstand Nr. 3 und der andere Teilstrom fließt durch R4. R4 zeichne ich mal auf die rechte Seite. Der Teilstrom durch R3 teilt sich an diesem Knoten hier nochmal auf, zwischen 1 und 2. Und dann hätten wir die Spannungsquelle. Die beachte ich jetzt einfach nicht, sondern überbrücke sie. Das heißt, die Leitungen hinter 1 und 2 treffen sich wieder in diesem Knoten. Nach dem Knoten, man sieht das oben in der Skizze, fließen die Ladungen direkt in die Klemme B. Hier unten kann man ganz gut sehen, dass 4 parallel zu 3, 1 und 2 ist. 1 und 2 sind wiederum parallel zueinander und beide gemeinsam in Reihe geschaltet mit 3. Daraus lässt sich jetzt auch der gesamte Widerstand, also der Ersatzwiderstand, Re, ausrechnen. Ich mache das jetzt erst einmal formal. R4 ist parallel zu R3 plus R1 parallel zu R2. Bei zwei Widerständen, die parallel sind, kann man ganz einfach rechnen. R1 mal R2 durch R1 plus R2. Das gilt aber wirklich nur bei zwei parallelen Widerständen, nicht bei Dreien oder Vieren. 40 mal 45 geteilt durch 40 plus 45. Das muss einen Widerstand Rp ergeben. P für parallel. Dieser Widerstand muss kleiner sein als der kleinste Widerstand dieser beiden hier. Das sind in der Tat 18,95 Ohm. Wenn wir dazu noch den nächsten Widerstand R3 addieren, erhalten wir insgesamt 73,95 Ohm. Das wiederum ist parallel zu R4 und R4 sind ja 65 Ohm. Ich rechne 65 mal diese 73,95 Ohm geteilt durch 65 plus 73,95. Und das gibt dann insgesamt 34,59 Ohm. Wieder ist der Parallelwiderstand kleiner als der kleinste Teilwiderstand. Für mich ist das so eine Art Kontrolle, ob ich mich bei der Berechnung auch nicht komplett verhauen habe. Das ist der Ersatzwiderstand und den halte ich als Gleichung 2 fest. Mit diesem Ergebnis habe ich jetzt schon mal römisch 1, also den Nenner in Gleichung 1 ausgerechnet. Was mir jetzt noch fehlt, ist der zweite Teil, nämlich die Spannung UQ. Oder auch, weil sie an R4 abfällt, U4. Diese Spannung steht im Zähler von Gleichung 1. Dazu werde ich wieder eine Top-Down-Skizze machen, aber jetzt ist die Spannungsquelle wieder dabei. Ich überbrücke sie nicht mehr. Nicht nur das, ich fange sogar an ihrem Pluspol an. Wir hätten also positive Ladungen, die vom Pluspol aus zum Minuspol drängen. Welchen Bauteilen begegnen sie auf ihrem Weg dahin? Sie müssen zunächst durch den Widerstand Nummer 1. Dann kommt ein Knoten. Dann teilen sich die Ladungen auf, die eine Gruppe wandert durch 2, die andere durch 3. Die andere Gruppe läuft danach durch einen Knotenpunkt mit dem Abzweig zur Klemme A, dann durch die 4, nochmal durch einen Knotenpunkt, weil hier der Abzweig zur Klemme B ist. Die Ladungen, die durch 2 gewandert sind, treffen sich hier wieder mit unserer Gruppe. Alle zusammen fließen jetzt in den Minuspol der Spannungsquelle. An den Klemmen A bzw. B ist nichts weiter angeschlossen. Für den Strom völlig uninteressant. Der Strom findet überhaupt keine Motivation darin, in eine Sackgasse zu fließen. Sein Ziel ist ja der Minuspol. Also sind die Klemmen A und B stromlos. Aber sie liegen auf unterschiedlichen Potenzialen. Wie groß ist also die Spannung zwischen den Klemmen? U4 oder Uq, ich nenne sie jetzt mal Uq, denn so heißt die Spannung auch in der Gleichung 1. Uq soll also berechnet werden. Um sie zu berechnen, wende ich wieder die Spannungsteiler-Regel an. Ich brauche dann immer eine zweite Spannung, mit der ich das Ganze vergleichen kann. Deswegen markiere ich erst einmal alle Spannungen, die an den Widerständen abfallen. Dann vergleiche ich Uq mit der nächstgrößeren Spannung. Das ist die, die entlang der Parallelschaltung abfällt. Die nenne ich jetzt mal Upp für parallel. Die gesuchte Spannung Uq ist ein Teil von Upp. Uq verhält sich zu Upp genauso wie die entsprechenden Widerstände. Vorsicht! Ich darf jetzt nicht den R2 mitnehmen, denn R2 ist ja parallel geschaltet, aber die Spannungsteiler-Regel gilt nur für Reihenschaltungen. Das heißt also, ich schaue mir nur den rechten Zweig an, in dem auch R4 steckt. Die Spannung Upp liegt ja an beiden Zweigen an, also auch hier am rechten Zweig. Darum geht das. Uq fällt nur an dem einen Widerstand R4 ab. R4 ist also der zu Uq gehörende Widerstand. Upp fällt dagegen an den Widerständen 3 und 4 ab. Die Spannungsteiler-Regel wäre dann Uq durch Upp ist gleich R4 durch R3 plus R4. Und damit kann ich die Spannung Uq bestimmen. Könnte ich, wenn dann nicht die nächste Unbekannte auf mich wartet. Weil ich wegen Upp noch eine Nebenrechnung starten muss, markiere ich diese Gleichung als Gleichung 3 und komme gleich wieder auf sie zurück. Um Upp auszurechnen, wende ich wieder die Spannungsteiler-Regel an, diesmal vergleiche ich Upp mit dessen nächstgrößeren Spannung. Das ist hier die Gesamtspannung U. Ich schreibe die gesuchte Spannung, Upp, in den Zähler. Das minimiert nachher die Möglichkeit von Flüchtigkeitszählern. Upp teile ich durch die Gesamtspannung U. Das Verhältnis ist genauso groß wie die entsprechenden Widerstände. Vorsicht, die Widerstände sind unbekannt. Es sind nicht dieselben Widerstände, wie unter Römisch 1. Denn die Schaltung sieht hier ja auch ganz anders aus. Mit Rp ist die Parallelschaltung aus 2, 3 und 4 gemeint, die in Reihe liegt mit dem Widerstand R1. Ihren Widerstand nenne ich Rparallel und der ist 32,72 Periode Ohm groß. Der neue Ersatzwiderstand berechnet sich aus R1 plus Rparallel und das sind 72,75 Periode Ohm. So, keine Unbekannten mehr, nur noch Zahlen und Einheiten zum Einsetzen. Ich werde jetzt Stück für Stück rückwärts durch die Gleichungen gehen, bis ich wieder bei Gleichung 1 bin und das Ergebnis habe. Ich starte mit den letzten beiden Ergebnissen und setze sie in die Gleichung 4 ein. Dann kriege ich schon mal das Upp heraus. Upp sind 32,4 Volt. Das eingesetzt in da oben in die Gleichung 3 liefert Uq. Das sind 17,55 Volt. Das, nur zur Erinnerung, war unser Zähler in Gleichung 1. Und wenn wir R-Ersatz in Gleichung 2 für den Nenner verwenden, dann kriegen wir am Ende den gesuchten Strom heraus. Unsere Gleichung 1 liefert dann ein IQ von 507,4 mA. Ich bin sicher, dass du mit ein wenig Übung in Zukunft Ersatzstromquellen deutlich schneller lösen wirst. Denn die Lösungsstrategie ist immer dieselbe. Falls du etwas schlauer geworden sein solltest, schenke mir doch bitte einen Daumen nach oben. Dir noch viel Erfolg beim Weiterlernen. Ciao.